der scheiße der wirft ihn nur zur seite scheiße mann zu spät losgelassen ne zu er zu spät losgelassen ich hab's grad gar nicht gesehen wo lange ich gefahren bin deswegen ja epic feld tut mir leid das jetzt gerade voll brennen bis inklusive einem bei kommen er hat das war geplant ne ne war es nicht aber das nur bin hat gewirkt ich kann motorrad ja auch doch schon motorrad ein geiles motorrad ja gesagt ein geileres jetzt habe ich direkt ausgewählt jetzt kann ich direkt aber ich probiere das maus in dem ich die markier ich glaube die fahrzeuge markieren geht nicht wirklich oder mal gucken naja die fahren weiter bringt nicht das heißt dort muss ich dann ohne weg wegweiser machen ja und jetzt scheint die sonne schöner tag zum explodieren ich weiß nicht ob ich das werfen 25 schraubomben schaffe ich glaube ich brauch viel mehr weil ich die hälfte eh nur daneben werfen werde ich habe meinen werfkünsten schon kennen ja ist scheiße musik so ich meine davor nirgendwo müsste da sein oder 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 wo ist ne jetzt hängigchen alles von ok wie der wird die nur zur seite ebisch weil vor sauber volltreffer und das nur mit glück ältert war mit granaten oder rohbomben was so immer kann ich nie treffen werter fahrt da treffe ich eigentlich nie was vorliegst das meinte mit verdammte posa ich schick das immer noch nicht dann hätte er zieler er verkackt ich könnte gerne hinfahren okay das war der falsche wagen das tut mir so wie alle wenn du meinst ich muss typen ausschalten hier für mich schießen weil die können mich immer töten so jetzt kann ich wieder das ding raus holen scheiße mann verknappt volltreffer kommt ja schön jetzt muss ich wieder mein ding zu schießen hausholen um die nächsten zu klatschen weil ich habe jetzt nicht mehr so viel hp jetzt aufpassen ich sterbe so ja wo ist denn er jetzt wieder da wo ist der überhaupt ja ich muss gucken ich falls dann halt rechts auf die autobahn dort immer das ist ja weil jetzt da jetzt auf der genau eine autobahn würde ich jetzt sagen der highway hat er immer nein jetzt ist jetzt nicht der führung hier hier komme ich auf die hb bahn auf dem highway komm ich jetzt und der ist auf der anderen seite das ist ja passen dann ist auch sterben so an der hat ja noch auch noch typen die mit ihm fahren deswegen voll schön hätt schon mal scheiße das war jetzt das hätte so das hätte gepasst nur als fahrzwertig meine fresse Ja, schön Das wird jetzt ein Volltreffer Aber nach ziemlich vielen Versuchen Eher gesagt Ich steh da hoch Ich steh da hoch, ich steh runter Ich rufe jederzeit Terry oder Clay an Um Hilfe zu bitten Sie geben dir bei jedem Job Rückendeckung Rückendeckung Wenn du Hilfe brauchst, duf Terry and Clay an und wähle Hilfe Aber das werde ich sowieso vergessen und das eh nie benutzen Aber ich versuche mich an irgendjemand zu erinnern Oh, die hat mich jetzt Johnny, ich habe mit deinem Freund Jim geredet Und er meint, dass du Arbeit brauchst Er hat, ne, schicken Milk Auch vorbei Ich treffe mich beim Apartment Aber ich fahre jetzt zuerst zu Jim Denn ich bin jetzt hier in der Nähe Und will jetzt da hinfahren Äh Ja, noch einen bestimmt Hier wollte ich mich noch ein Piepen Oh Johnny, du bist so ein leichtes Ziel Wenn du keine Angst hast, lass uns bald wieder fahren Äh, ich bräuchte HP, gibt's uns da zu fressen an hier? Ne, nerven wir mich, ne? Ne, ich ständig wirst du Äh, dann machen wir mal die Mission hier Waffenstillstand am Arsch, oder was war das da? Ja, treff dich mit Brian an den Docks Ich hab nur den Dockenstillstand gehört Ne, nicht geärgert Und gelesen Aber wenn wir jetzt gleich an den Docks sehen Was da jetzt los ist Und ich muss da gucken, ob mein Mikro an ist Ja, ist schön Ja, die sind hinter mir Das ist auch schön zu wissen Und da ist eine Kurve Das ist nicht schön zu wissen Brian, wer war das nochmal? Brian, Brian Dieser Typ, der meinte ich wäre schuld Oder ich meine, das wäre der, oder? Wenn wir jetzt so baubau Alles sehen Aber ich meine, das wäre der Typ, der mir die Schuld gegeben hat Dass Bill, ja, Billy halt Eingeboftet wurde Und da sind wir ja schon Ja, das ist so Und Tweedle-Fuckin-Dumb Fuck you Billy war immer gut für dich, und du rattet ihn aus Billy ist ein ein-Way-S.O.B. Und er hat keine Schmerzen über die Brugs Nein, uh-uh! Ja, du denkst, dass Bill ihn ausbauen würde für dich? Du bist dumber als ich dachte! Du bist dumber als ich dachte! Du bist dumber als ich dachte! Ich wusste, dass du das sagst Ich wusste, dass du das sagst Ich wusste, dass du das sagst Ich wusste, dass der Typ ein Verreter ist Oh, ein Acker! Oh nein, ich habe gar keine Muni dafür Dier Hallo, ich habe aber Ich bin der Kettelwerfer! Tut mir leid Ha 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 Ah so Scheiße, die fliegen viel zu retag die Dingern, aber egal Äh, oh nein, bleib hinterher wenn man steckt aus was jim ist tot ja nee ganz bestimmt der ist tot nochmal versuchen ja so kommt diesmal darf ich nicht sterben jetzt habe ich ihn selber angeschossen da rede ich schon davon auch er darf nicht sterben auch scheiße kommt rein ja tut mir nicht wirklich leute und so weiter er ist mit meiner märz das ist mein doch noch um die alle benauern welche wollte das auch macht wo ich liebe das einfach mit raketen einfach voll in die fresse ja 8 Prozent Köln Motorrad anfangs der Faktik ins Gesicht Nürnberg Pro-Mann heute neun Scheiße ich sag nur 1 Rohrbombe so dann halt meine Pistole sich ah kommt ihr wollt doch alle oh das ist ne Explosionsverfächter wenn man nix rüberkommen ne kommst nicht rüber oh der ist rübergekommen aber der überlebt nicht viel boah sind alle tot oder was sagt man sich dass alle gestorben sind bis auf Gym scheiße sind wirklich alle gestorben das ist aber nicht gut scheiße wirklich alle tot oder scheiße echt nein die sind alle tot oh ne dabei bin ich so ausgerastet nein nicht rum boah das war wenn ich jetzt von runtergefallen wäre das wäre jetzt echt nicht passen ich gehe nach rechts der geht nach links Teamwork mehr wie ja ne ich hab jetzt die Waffe nicht mehr scheiße keine Munde also oh oh okay